Hallihallo alle zusammen zu einer neuen Special Ausgabe von Daddy Kush Songtipps Reviews und heute haben wir mal wieder ein Supertalentspezial. Die sechste Folge der Vorrundenshow wird heute Abend anlaufen und ja mal schauen was wir dieses Mal geboten kriegen. Letztes Wochenende gab es da zum Beispiel ein Breakdancer und mal wieder ein paar tolle Sänger. Unter anderem hat ein Kandidat, der zufällig im Publikum saß, eine tolle Show abgeliefert. Ich glaube er hieß Christian Pierre und ja schauen wir mal was heute Abend so abgeht. Einige Akrobaten und zum Beispiel auch einen muskulösen Violinspieler namens Yiri. Ja, schreibt doch dann einfach mal in die Kommentare was euer Lieblingsauftritt war, was hat euch gefallen, was nicht so. Ich würde mich freuen wenn ihr den Kanal abonniert. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann glaube ich mit den Live-Shows weitergeht. Ja, okay bis dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020